Das Haus in der Schlossstraße 6, das geprägt von seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu Schloss, Wollhalle und Theater, ebenso bauhistorisch wertvoll ist, strahlt wieder. Für die Bauherren aus Schleswig-Holstein ist es eine große Freude, dass in Kürze die ersten Mieter ihre Wohnungen hier beziehen können. Das Bauherren-Ehepaar möchte gern im Hintergrund bleiben und viel lieber die Firmen sowie die Stadtverwaltung im Vordergrund sehen. Gerade hat die Malerfirma die letzten Arbeiten erledigt. Damit dann alle Wohnungen vermietet werden können, wurde auf Hochtouren gearbeitet. Die Dachgeschosswohnung mit Charme und Galerie hat besonderen Charakter. Der Blick auf die Altstadt ist wohl einmalig. Auch Teamleiter Michael May ist davon begeistert. Jedes alte Haus, auch vor allem aus dem 16. Jahrhundert, hat immer seine Besonderheiten, immer tolle Überraschungen. Ob es ein durchgebrochener Balken ist oder irgendwelche alte Fundsachen von den Leuten, die hier mal gelebt haben. Und das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Eine Sanierung eines alten Hauses bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Von außen habe das Haus recht gut ausgesehen, doch es gab einige kleinere Probleme zu lösen. Die Herausforderung ist natürlich, wie plant man so ein Haus? Alleine mit den Bädern, wie macht man das? Wie stellt man zusammen? Wie kann man bestmöglichen Wohnraum daraus schaffen? Und ich glaube, das ist uns hier mit diesem Objekt ganz gut gelungen. Zwölf Wohnungen sind in dem ehrwürdigen Haus entstanden, sechs davon im Fachwerkhaus, die weiteren im Bauhausflügel. Der älteste Teil des Hauses ist datiert auf 1573. Genutzt wurde das Haus um 1880 als Gaststätte und Weingroßhandel. Ab 1912 war es eine Mädchenmittelschule und seit 1932 war es im Besitz der Kirche. Von 1956 bis 2005 war das Haus Altersheim und stand danach leer. Ein geschichtsträchtiges Haus also, das nun wieder mit Wohnraum und damit auch mit Leben gefüllt wird.